Willkommen zu einem Tipps und Tricks Video zum Thema Tabellen in SOLIDWORKS. Mein Name ist Thomas Hilbrunner. Es kommt vor, dass in einer Tabelle mehrere Attribute kombiniert und in einer statt in mehreren Spalten dargestellt werden sollen. Wie ist dies in SOLIDWORKS zu realisieren? Ich schnappe mir dazu eine Baugruppe, welche ich in der 3DEXPERIENCE-Plattform gespeichert habe. Selbstverständlich funktioniert dies mit allen SOLIDWORKS-Dateien, egal wo diese gespeichert wurden. Als Beispiel zum Kombinieren von Zelleninformationen nutze ich hier die automatisch erstellten Abmessungen der Bauteile. Wie Sie sicher wissen, muss so ziemlich alles, das in einer Stückliste dargestellt werden soll, auch in den Dateieigenschaften der entsprechenden Datei hinterlegt sein. Ansonsten ist Ende Gelände. Die grosse Klinge enthält bereits diese Dateieigenschaften für Länge, die Breite und hier die Dicke. So weit, so gut. Doch wie kommen nun diese Informationen in die Stückliste? Ich zeige es Ihnen. Über die Spalteneigenschaften der Tabelle können alle Dateieigenschaften eingefügt werden. Eigenschaft für Eigenschaft, Spalte für Spalte. Dies kann schnell sehr viel Platz benötigen. Wie können hier nun diese drei Eigenschaften kombiniert werden? Das gelingt über eine kleine Formel. Ich wähle mir im Formelediter die erste Eigenschaft, die Breite. Ergänze die Formel anschliessen mit einer öffnenden und direkt wieder mit einer schliessenden, geschweiften Klammer. Sind diese eingefügt, selektiere ich über das Pulldown-Menü der benutzerdefinierten Eigenschaft die zweite aus. Soll eine zusätzliche Eigenschaft ergänzt werden, werden wiederum geschweifte Klammern und die Eigenschaft hinzugefügt, etc., die nächste und so weiter. Bestätigt diese Formel, erscheinen alle Werte in gewählter Reihenfolge. Für die Lesbarkeit der Eingabe fehlt mir nun aber noch das X dazwischen. Dies habe ich schlicht vergessen. Egal, ich rufe für die Spalte wiederum den Formelediter auf und ergänze nach der geschlossenen, geschweiften Klammer noch ein X, jedoch in Anführungszeichen. Rein optisch füge ich direkt vor und nach dem X noch einen Leerschlag hinzu. Schon fast perfekt, doch warum fehlen beim Büchsenöffner die Werte? Weil auch nichts in den Dateieigenschaften steht, ist doch logisch. Ich ergänze hierzu, wie bei den anderen Modellen auch, das Begrenzungsrahmen-Feature. Dieses Begrenzungsrahmen-Feature erstellt mir die benötigten Dateieigenschaften. Nach dem Abschluss meiner Änderung am Büchsenöffner speichere ich mein Modell nun wieder im PDM in der Cloud und gebe die Besitzrechte ab. Zurück auf der Zeichnung stellen wir fest, dass die Einträge in der Stückliste noch fehlen. Was machen wir da? Einen Neuaufbau, natürlich! Und, siehe da, tadaa! Der Rest, wie das Löschen der überflüssigen Spalte, ist reine Kosmetik. Über die rechte Maustaste kann diese Stückliste als Vorlage gespeichert werden. Wer macht schon diese Einstellungen bei jeder Stückliste gerne vom Neuen? Genau, ich auch nicht. Abgesehen davon, dass ich das soeben gezeigte Vorgehen das nächste Mal eh nicht mehr weiss. Hier können wir jedoch helfen. Sie finden alles nochmals feinsäuberlich im Beitrag meines Arbeitskollegen Remo, wie können Eigenschaften in einer stücklisten Spalte zusammengefasst werden, in unserer Wissensdatenbank. Nun speichere ich meine Modelle wieder alle in der Cloud, gebe zudem die Besitzrechte wieder ab. Nach erfolgreicher Änderung und Speichern kann ich die Modelle als neue Version für die Fertigung wieder freigeben. Der Cloud sei Dank! Diese Daten hatte ich heute dank der 3D Experience Plattform und meinem Handy-Hotspot auch im Ferienhaus verfügbar. Ach ja, abonnieren Sie doch unseren Newsletter, unseren YouTube-Kanal und werfen Sie auch einen Blick in unsere FAQ. Hier finden Sie viele weitere nützliche Antworten auf viele Ihrer Fragen. Besten Dank fürs Interesse! Bis zum nächsten Tipp und Trick! Bis zum nächsten Tipp!